ARD Text im Auftrag von Funk 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 war ja jetzt habe ich mich gefragt es war der war direkt am sport bitte bitte die müssen da unten liegen bitte ja doch liegt alles noch da liegt alles noch da sich die sagen was ich verloren hätte sieben und halb stecks holz und das hat mich glaube ich aufgeregt er also mich jetzt schon aufregen obwohl ich nicht viel mit habe obwohl weil ich 28 level habe okay wenn der einmal wenn der einmal den frieden nicht einhält dann ist krieg ja ich finde hier einfach kein wasser ja hier ach so meine axt ist ja kaputt das war jetzt so richtig intelligent von mir wieder mal also das war ein echt geiler tod weil ich wollte ins wasser springen und trefft das wasser nicht okay der hat jetzt schon 20 tode jawohl ich hatte in die comments ja ich habe sogar in den chat geschrieben und zwanzigste 20 des gleich habe ich was geschrieben echt ja scheiße ich kann nicht mehr springen ich kann nicht mehr sprinten habt ihr essen gegeben ja das habe ich schon verbraucht auch noch nach mehr fragen können hätte ich durchgegeben ne ne ich habe ja das ist eh schon vorbei ich habe eh noch rottenfleisch wenn ich es finde hier so puh das war ein kleiner schock vorwichtig springt da runter ich habe um ein blocks wasser verfehlt das ist sicher überhaupt nicht geärgert ja dich aber dass ich da was ich guck so auf die kortis weil ich habe mir die davor angeguckt gott sei dank wahrscheinlich wäre ich jetzt komplett in die falsche richtung gelaufen ich wäre einfach vom spawn an deinem haus vorbeigelaufen aber es war irgendwie in die komplett andere richtung läuft wo brauche ich finde ich so schnell wie möglich es hat gerade voll geleckt und aber steht ein creeper von mir alter durch eisen richtung nicht nur ganze nur eine hose obwohl ich mir eigentlich machen könnte aber ich bin da irgendwie zu voll warum hast du keine ganze weil ich mir irgendwie zu voll bin um eine hose und ne ein helm und um schuhe zu machen also was ich mir nie macht sind schuhe weil das macht nur ein halb eine halbe richtung und ich glaube ich glaube ich glaube jetzt die nacht noch durch und dann brauche ich irgendwo mein zeig mal gucken wie lange nehmen wir schon auf 50 minuten kohle so jetzt bin ich gespannt ob ich jetzt noch zurück finde aber ich müsste eigentlich obwohl von den kortis bin ich wieder so weit weg dass ich hier gleich einen schreikampf bekomme muss jetzt jedoch die komplette nacht laufen um wasser zu finden und ernst jetzt ja ohne scheiß und ich habe keinen bock hier ist im wasserfluss oder so hoch zu laufen gehen damit zu nehmen der vorteil in der stadt zu bauen ist halt eben der dass die chancs immer geladen sind wenn halt jemand drauf ist und dann wächst zum beispiel immer dein getreide oder so ich finde es trotzdem scheiße ich finde es auch cool wenn ihr überall alle zusammenbauen oder so ich finde es trotzdem scheiße ich weiß nicht warum ich finde es ich weiß nicht warum ich finde es Kaki ist er hat gerade von zehn Einbrüche das ist ganz schlecht das geht es wieder so ich glaube hier direkt neben mir hat sich einer runter gebaut ah ne hat er nicht so wieso fragt wenn ihr euch fragt wieso ich so viel holz mitnehmen ja dann muss ich nur einmal fahren und wenn wir ja eh auf dem weg sind dann nehm ich einfach mal holz mit weil wir werden sie auf jeden Fall oder ich werde auf jeden Fall viel holz für mein Haus brauchen das ist nicht so wie bei der Season wo wir Holzmangel haben glaube ich ja aber das ist ja genauso wenn du ja sagst an der Stadt wenn da jemand drauf ist dann wächst ein Seed oder dein Weizen mhm dann denkt dann denken bestimmt auch viele ja okay ich gehe mal da mal in mir kurz was absnacken und pflanze es halt wieder hin ja weil er aber in den Regeln steht ja dass du das hast du ja ähm dass du Felder abbauen kannst wenn du sie danach wieder anpflanzt mhm das heißt da könnte jeder zu dir kommen das frische Weizen abbauen und dann halt wieder hinsetzen dann bist halt du der Depp ja aber wenn ich sage dass ich das nicht von mir aus nicht erlaube dann dürfte es trotzdem nicht ja wenn du nicht online bist ja wenn ich das herausfinde ja wie willst du herausfinden wer das war ja wenn guck ich halt eben bei Folgen oder die Zuschauer wenn die irgendwelche Folgen verfolgen können die mir das sagen ach so mhm mhm da ist jetzt ein Enderman das gefällt mir jetzt nicht so so und so im ehrlich gesagt ich hätte dir echt Holz da lassen können hm ist nicht nötig ich hab noch aber du brauchst eh mit Birke so ich weiß nicht Birke habe ich bisher noch gar nicht ich baue gern meine Böden immer mit dem Birkenholz mhm sollte ich vielleicht doch mal was mitnehmen so sobald bin ich hier auch fertig mit der Weizenfarm ich bin voll das wollte ich denn machen um es ist fertig anpflanzen so habe ich sie jetzt natürlich nicht ne und ich hab dir auch keine rausgesenkt 5 z und so sie also die Treppe wird hier auf jeden Fall noch schöner gemacht dass sicher das bleiben wenn wahrscheinlich Geschäfte kommt so wie ich genau wird er da wo die Teppich ausgelegt ich wollte sie jetzt fahren wenn wir es mal machen unterwegs wird ja noch ein paar Tiere wie das das Kuhle sind die eigentlich immer noch online die haben heute Morgen schon aufgenommen ich glaube die nehmen vor auf wie so Behinderte ja wahrscheinlich auch warte ich schreib mal würde ich lachen, nehmen die gar nicht auf man darf er helfen als wenn man es die Woche ist schon mal um wenn man zum Beispiel heute alle vier Folgen vor produziert die Woche dafür die ganze Woche nicht mehr spielen gehen mein Mauspad ist rückt immer weg der Kurs lang zum 100 Meter Großes ich nicht, ich hab so ein ganz kleines weiß auch nicht warum wir müssen benutze auf dem anderen Viertel stehen er liegt ein Zettel und Red Bull mein Handy das war heute Morgen durch die Stichdreze schreibt mich an und fragt mich wo ihr Handy ist fünf Minuten später fünf Minuten später frage ich Trichdreze mein Handy gesehen hat ich finde es auch ein bisschen komisch, dass Jojo war hier auf dem Service ja der guckt nur nach dem rechten von dem geht das Projekt aus deshalb in drei Minuten ist Aufnahme vorbei bei dir ja das sind 60 Minuten ja ich nehm Länge auf ok ich auch ich hab ich hab die Berechtigung ich auch ab sofort so wie viel Seeds hab ich denn mhm nicht so viel weil ich bin so dumm was los ich bin einfach unlogisch und oh Mini zum Beat Mini zum Beat was ne Scholle, Russi, das macht dir nichts oh Jojo kommt hier vorbei, Alter hm hm so da ich hab noch ein Seed aber ich hab jetzt echt kein Schimmer wo ich hin soll warum schreibt ihr nein 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 von städte voll so als Kabel hier ja und dann aufnehmen wahrscheinlich ha 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 und die Stempel an Buchen und das hört sich gut an jetzt unten er wurde der Schau in Lama geschwommen als Jojo hat auch schon 17 die Leute hat die Sahn hingeworfen wie was wir sagen was ist nicht Stein jeder und zusammen wohin geworfen der Akutsche informieren dass ich halt ein bisschen länger aufnehmen er sagt wegen mir 5 sein Schreiber und skype ja das hallo ich habe was und ich habe und die ihm mal gesehen den was so ohlal hallo ich pack hier ah ja